Grün und Gold, die Krypto-Projekte retten den Planeten Es scheint, als würden die potenziellen Vorteile der Kryptowährung oft von der inhärenten Anfälligkeit der Technologie für Ausbeutung überschattet. Und es stimmt, die Einführung von Krypto birgt Risiken. Im vergangenen Jahr haben Regierungen aus der ganzen Welt Bedenken geäußert, dass Krypto zur Finanzierung von Terrorismus oder anderen illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche verwendet werden könnte. Von China bis Nigeria gab es überall unerschwingliche Maßnahmen, bei denen viele Kryptobörsen in einen gesetzgeberischen Würgegriff geraten. Krypto hat zwar seine Herausforderungen, ist aber auch zu einem Werkzeug für politische Entscheidungsträger und Aktivisten geworden, die die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Die Klimakrise Im Jahr 2021 dominierte die öffentliche Kontrolle der energieintensiven Bergbaupraktiken von Bitcoin, BTC, über die Schlagzeilen und das aus gutem Grund. Laut Digikonomist verbraucht das Bitcoin-Mining ähnlich viel Energie wie ein ganzes kleines Land wie die Niederlande oder die Philippinen. Viele Umweltaktivisten verwenden jedoch bereits dieselbe Technologie als Werkzeug im Kampf gegen den Klimawandel. Smart-Token-Verträge haben es beispielsweise karitativen Einrichtungen ermöglicht, Gelder auf eine noch nie dagewesene Weise zu beschaffen. Viele dieser Wohltätigkeitstoken haben ein Steuersystem, das bei jeder Transaktion eine Gebühr erhebt, die dann an eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl überwiesen werden kann. Der World of Waves, WAU, Token ist beispielsweise auf der Mission, die Ozeane des Planeten wiederherzustellen und den Klimawandel zu bekämpfen. Das Projekt hat eine Transaktionssteuer von 11%, die an alle Inhaber zurückverteilt wird, 3,3% an den Liquiditätspool und 4,4% an die WowCharity Wallet. Wenn die Charity-Geldbörse wächst, werden monatlich Mittel für Spenden für Naturschutzaktivitäten und den Erhalt von Wildtieren abgerufen. Laut der Twitter-Seite des Projekts wurden bereits über 49.000 US-Dollar ausgegeben gespendet. Christian Todt, Chief Operating Officer von Wow, sagte gegenüber Cointelegraph. Auf diese Weise ist das Spenden für wohltätige Zwecke fest in den zugrunde liegenden Algorithmus des Tokens integriert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.